... Empfehlungen, die die Witz geschlagen hat, Körst Zöller aus Halbach. Nun hat er das sein lassen. Na, komm schon schon. Für einen normalen Traffic-Transport ist der Impfzentlermann auch einiges zu schwer. Das Rote Kreuz aus Bühlen muss schon mit einem Sonderfahrzeug anrücken, den sogenannten Bettenmobil für besonders beleidete Patienten. Ohne das XXL-Shuttle könnten einige nicht mal einen Arzt aufsuchen. Die Sosa noch höher und so. Ja, ein bisschen noch. Sosa. Was ist für Sie, dass Sie in einem Beteiligstabend haben? Das war schwierig. So einfacher wie in einem Zickerwitz. Das ist nicht einfach. Und wenn Sie es nicht schon? Nach Essen. Die war doch scharf. Und wenn Sie einfach? Dann bin ich besser nicht für den Übergewicht. Sie wollen nicht mehr so sein, wie Sie jetzt sind. Ja, ja. Am liebsten direkt. Das ist was runter. Bevor es soweit ist, muss Körst Zöller mit Bett, Gesamtgewicht 340 Kilo, mit dem Auto verprachtet werden. Ein abenteuerliches Unterfangen. Das ist kein Problem, wenn es von wie viel leuchtet ist und dann geht es. Sie wollen jetzt nicht mehr so, wie viel leuchtet ist und dann geht es weiter. Das ist nur Druck. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut.